Leute, herzlich willkommen zum neuen Alles-Alex-Vlog. 2. Januar. Ich freue mich. Es schneit ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich erkenne es gerade nicht. Wahrscheinlich sieht man so das ein oder andere Flöckchen. Ja, schön. Du suchst ein angenehmes Bild, was wir jetzt gerade am Post vertellen. Hallo. Ja, wir müssen heute wieder in Zugnausen aussteigen, weil irgendwie Gleichstörungen sind. Und jetzt wieder steckst du. Ich habe aber keinen Plan, wo ich hin muss. Und natürlich hat es auch zur Folge, dass ich zu spät komme. Und ihr wisst ja, ich liebe das. Weil ich glaube, ich den Vlog von Silvester schon auf Elm liegt. Da sage ich das nämlich auch. Klasse, es zu spät zu kommen. Okay, sieben Minuten Zeit. Das heißt, ein bisschen schnell laufen. Okay, Nachrichtseite geschafft. Ich glaube, zwei Minuten habe ich jetzt noch. Nice. Digga, was ist denn schon wieder mit der Kamera? Hallo, auf Arbeit angekommen. Ich war, wie gesagt, pünktlich. Ich dachte eigentlich etwas Spätung, aber habe es ja dann Gott sei Dank noch geschafft. Und seht mal, wer auch wieder da ist. Der hat jetzt, wie lange Urlaub? Drei Wochen, zwei Wochen? Ja, zweieinhalb. Ja, ja, gönnt man sich mal, gell? So, ich melde mich da hinten gerade an und dann heißt es erst mal arbeiten. Ja, ich würde sagen, zehn vor vier, Alter. Es läuft wieder mit der Pause. Auch im neuen Jahr hat sich da nichts geändert. Es geht, man hört so voll laute Musik. Boah, der rastet richtig aus, der jetzt. Schlägerei gibt es jetzt. Oh, jetzt wird das eigene Privathandy verbunden, hm? Warum ist das so dunkel? Mach hell. Was? Das ist keine Alexa mach hell. Doch, oh, ich kann es sogar so heller machen. Lell. Warte, ich mache dir jetzt ein Lied auf. Puff. Ja, sie verbindet wieder ihr Handy eigenmächtig. Hast du Bock drauf, oder? Ja, kein Bock mehr. Look at this. Look at this face. An alle meine türkischen Fans. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, ich sollte mal die Helligkeit ein bisschen runter machen. So sieht es doch schon viel besser aus. Ja, jetzt habe ich gestern irgendwie rausgefunden, dass der eine Drehdinger doch irgendwie heller macht, weil am Anfang hat er das nicht. Ach, keine Ahnung. Ich blick da auch nicht mehr durch. Ist auch egal. Wir befinden uns im nächsten Tag. Dieses Vlogs. Ich beende den aber an der Stelle und sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Hau da rein. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.